Manchmal sind wir frustriert, weil wir erwarten, dass sich unsere Kinder erwachsener verhalten, als sie es eigentlich sind. Etwas über Kinderentwicklung zu lernen, hilft uns, realistische Erwartungen an unsere Kinder zu haben. Und es kann Eltern auch dabei helfen, mögliche Probleme zu erkennen, während ihr Kind aufwächst. Denken Sie daran, alle Kinder entwickeln sich unterschiedlich schnell. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, von denen wir erwarten, dass Kinder sie können, sobald sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Diese Dinge bezeichnen wir als Entwicklungsmeilensteine. Die Entwicklung unserer Kinder wird von vielen Dingen beeinflusst. Dazu gehören gesundes Essen, der Umgang mit anderen Kindern und das Erlernen der Hand-Auge-Koordination.